Zu viel Power hinter diesem Ball, kein optimales Zuspiel. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Guter Vorstoß jetzt. Klasse Technik! Da ist die Chance! Was für ein Tor! Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen persönlicher. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, der hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, ist kein Problem. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Viele Tore von beiden Teams, das ist echt unterhaltsam hier. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff. Und jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Das ist jetzt seine Chance. Und er ist drin! Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Ja, es ist ein filles, das ist. Ja! 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 Vielen Dank.